ja hallo ihr lieben da bin ich wieder ja keine ahnung hier oben ist auf jeden fall das habe ich eben gesehen den können wir mitnehmen habe ich hier noch irgendwas übersehen was das pferd und das weiß nicht der trick nö was ist das keine ahnung ist das hier noch irgendwas drauf ich sehe nix nur weil ich es nicht sehe das muss nicht viel heißen aber können wir auch nicht mitnehmen wir haben zwei zahlen die x und die 2 hier irgendwas übersehen moment da ist noch die 6 ok also probieren wir es mal die 6 hallo und die 10 nicht da hat nichts geklickt oder so aber ich bin mir richtig sicher dass es damit zu tun hat 2 6 hat wieder nichts geklickt noch mal 2 6 ich bin bin ich dumm naja geht nicht auf also entweder treffe ich die nicht richtig 2 6 2 6 und 10 müsste das sein 1 1 1 1 1 1 1 6, 7, 8, 9, 10. Kommt das hin? Nein, nein, nein. Hier, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das muss die 12 sein. Mann, was mache ich denn falsch? Schwert, da war die... Dann das Ding. Und dann das Glas. Auf dem Schwert war drauf die 10. Ah, jetzt die Frage, welche Richtung. Von links nach rechts. Da war die 2 drauf. Da war die 6 drauf. Und da war die 10 drauf. Also entweder 2, 6, 10 oder 10. Ich bin mir recht sicher, dass es 2, 6 und 10 ist. Oder erst die 10. Oder erst die 10. Wenn wir hier anfangen, wenn wir hier anfangen, das ist die 6 gewesen. Okay. Fangen wir mit der 6 an. 6, 10, 2. Ich weiß es nicht. Ah, was mache ich denn jetzt falsch? Kann man das meiner verraten? Auf dem Glas war die 6. Wo war sie denn hier drin? Wo war sie denn hier drin? Innen drinne. 6. Auf dem Glas war die 6. 6, 2, 10. Ich weiß es nicht. Probieren wir es. Ah, okay, war andersrum. Shit happens, macht es nicht besser, dass wir immer mehr wie sein Sohn aussehen? Hallo, da ging noch eine Tür auf. Bin ich blöd? Bin ich blöd? Da ging noch eine Tür auf, oder nicht? Habe ich das jetzt falsch gehört? Irgendwas ist da doch gerade aufgegangen. Aha. Jetzt ist das hier aufgegangen. Das ist aber neu, oder? Schlüssel? Ja. Kann ich es jetzt öffnen? Ja. Okay. Das nimmt alles kein gutes Ende, Leute. Im ganzen Leben nicht. Wir sehen aus wie sein Junge. Der Typ ist irgendwann abgedreht. Von unserer Schwester ist weit und breit kein... kein... nicht ein Lebenszeichen. Ah ja, das wird alles nicht gut enden. Hoppla. Ach, leck mich. Leck mich. Das geht doch schon wieder hier nicht gut aus. Das geht hier doch schon wieder alles nicht gut aus. Auf gar keinen Fall. Im ganzen Leben geht das ja nicht gut aus. Könntest du mal hier so rum? Weil das wird sonst gar nicht gut. Sag ich ja. Nach dem nächsten Mal versuche ich auf das andere Ding rüber zu kommen. Und rum, und rum, und rum, und rum, sonst endet das nicht gut. Wir warten den nächsten ab. Oh, dumm. Ja. Ah, dumm. Dumm, Dumm, Dumm Nein Daneben, Scheiß Dreck Ja, das Spiel macht es auch zum Schluss hin eigentlich einfach Lauf Lauf Lauf, 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 Lauf stehen bleiben stehen bleiben wo sind wir denn jetzt hier ich sehe gerade nichts ach da unten hier geht es nicht weiter scheinbar ok die tür geht auf das gut ist ich glaube eher nicht wenn es für immer geschlossen bleiben soll und warum sollte unsere schwester hier sein ist so die nächste grundlegende frage denn um die geht es ja nun mal es geht um unsere schwester wenn sonst nichts ist war ja schon bis hierhin so einfach ich denke mal hier werden wir nicht nein ich habe keine ahnung leute keinen blassen nur die geräusche sind nicht schön die geräusche machen wir jetzt nicht wirklich mut und nun wie soll es denn jetzt weitergehen ich habe gerade keine ahnung ob das alles richtig ist was ich hier so treibe kein blassen kein blassen huch das war dumm das war dumm das habe ich eben aber schon besser gemacht so also noch mal okay nein springen man so ein blödsinn ja alter da ja da 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 so hier müssen wir überspringen warum lalalala ich will mich jetzt gar nicht aufregen weil das auch so dumme tode sind das konnte aber jetzt werden im spiel bestimmt ganz toll ganz ganz super so da muss ich jumpen okay vorsicht ich sehe hier nicht viel das ist mein problem warum hast du dir nicht licht an gute frage nächste frage warum springt er da nicht rüber will er mich gerade echt verarschen letzter try in dieser fuhr ok einmal noch und so jetzt sind wir auf diese anderen noch mal hier drauf langsamer warum komme ich da nicht rüber ich würde sagen hüpfen aber das hilft mir nicht und da stört sich ab na gut ihr lieben soll erstmal das für diese folge gewesen sein bis zur nächsten folge dann tschüss